Musik Kann ich dir helfen? Ich habe gehört, du verkaufst Exzessive. Was? Dass du Exzessive verkaufst. Was willst du? Wer bist du überhaupt? Leonie, hi. Hi Leonie. Also was ist jetzt? Kann ich was kaufen? Nee, das ist nicht gut für dich. Kann dir doch egal sein. Okay, wie viel willst du haben? Alles? Alles? Willst du mich verarschen? Willst du dich umbringen oder was? Umbringen. Sam. Bist du ein Bull oder was? Was willst du? Sam. So hieß auch mein Bruder. Ich glaube, du kennst ihn. Der war oft hier. Hat Party gemacht, gefeiert. Ist letztes Jahr gestorben. Ist hier vom Dach gestürzt. Kannst du dich erinnern? Was ist das noch? Weißt du auch warum? Weil du so viel Drogen genommen hast? Hm? Weißt du es noch? Weißt du auch warum? Weil du so viel Drogen genommen hast? Es tut mir leid. Ich kann nichts dafür, dass er alles auf einmal genommen hat. Zeit stellen! Er kann nicht mal leben ohne mich, ja? Was weißt du denn Scheiße? Meine Eltern sind an einem Autounfall gestorben. Seitdem liegt er im Wachkummer. Ich mach den ganzen Scheiß nur für ihn. Lüks! Schau mich an! Ich sag die Wahrheit, Mann! Verwirrt sich!